Vers 60 Diese vorläufigen Übungen der Hingabe, Sadhana Bhakti, sind für die Erlangung liebevoller Hingabe förderlich. Es gibt kein höheres Wohl als diese liebevolle Hingabe, die Hand in Hand mit der Erlangung des exklusiven Zustands höchster Glückseligkeit geht und zu mir führen kann. Erläuterung Für die Jiva-Seele gibt es kein höheres Wohl als liebevolle Gottes Hingabe, denn es ist diese Art von Hingabe, die den Jivas höchste Glückseligkeit schenkt. Die Lotusfüße Krishnas sind einzig und allein durch liebende Hingabe erreichbar. Nur jemand, der sich bei der Kultivierung der im vorherigen Vers genannten vorläufigen hingebungsvollen Tätigkeiten den vervollkommenden Zustand der Hingabe sehnsüchtig vor Augen hält, kann dieses Ziel aller Bemühungen erreichen. Niemand sonst kann es erlernen. 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 Niemand kann es erlernen. Vielen Dank.